Als Topmodel weiß Lena Gerke nur zu gut, wie man auch in der Schwangerschaft immer top gestylt ist. Das zeigt sie ihren Followern regelmäßig. Auf ihren neuesten Aufnahmen hat sie ihren wachsenden Babybauch aber besonders schön in Szene gesetzt. Und die süße Rundung hat einen ordentlichen Schub gemacht. Auf Instagram präsentiert Lena ihre neue Kollektion und stellt gleich am Anfang fest. Beginnen wir mit diesem Anzug, der mir leider nicht mehr passt. Ach ja, der Knopf geht nicht mehr zu. Aber die offene Hose hätten wir sowieso kaum bemerkt. Denn egal ob hautenges Kleid wie hier oder sportlicher Bauchfreilook, man kann gar nicht anders als auf Lenas Körpermitte schauen. Die setzt sie immer wieder aufs Neue stylisch in Szene. Was für eine niedliche Babykugel. Kein Wunder, dass sie die gerne allen zeigt. Die werdende Mama ist ganz verliebt in den Zwerg in ihrem Bauch. Und der heranwachsende Spross bekommt pünktlich zu Ostern sogar ein paar Hasenöhrchen verpasst. Einfach nur süß. Er lässt sich gleich anstrengen